Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu den Digimon & Ranger Episoden, dieses Mal mit Episode Nummer 23 im Namen der Freundschaft. Die Folge fängt halt damit an, dass Matt und Gabumon wieder auf festem Land sind und dass er dann eben erwähnt, dass der verdammte Wind sie abgetrieben hätte. Gabumon entdeckt dann einige Digimon über ihn, die einen Weg entlang gehen und sie folgen ihm und kommen dann anschließend zu einem Restaurant. Ja, da treffen sie dann auf Gumamon und interessant ist, dass sie sofort wissen, dass es sich dabei um das Gumamon von Joey handelt. Obwohl wir ja eigentlich als Zuschauer schon lange wissen, und zwar durch das bösartige Greymon, das Ethemon auf die Kinder gehetzt hatte, dass die Digimon-Partner der Kinder in diesem Sinne einfach nicht einzigartig sind und es mehrere Gabumon oder Gumamon gibt. Überhaupt finde ich es interessant, dass nach so kurzer Zeit gerade Matt und Joey wieder zueinander finden. Naja, natürlich stellt sich heraus, dass Joey halt deshalb da ist, weil er von Demi-Devimon mehr oder weniger dahin geführt wurde. Ja, der hat sich ihn namentlich jetzt nicht vorgestellt und er hatte auch erzählt, dass er Menschen gesehen hätte und bei sowas reagiert Joey immer sehr naiv. Ja, und dann hat er es ja aus den Augen verloren, kam zu dem Restaurant, hat sich mit Gumamon den Bauch vollgeschlagen und konnte nicht bezahlen, der Digitarmamon keine Yen, sondern Dollar nimmt. Naja, daraufhin musste er abwaschen und weil er ziemlich tollpatschig ist und ihm immer wieder Fehler passieren, ist er schon seit drei Wochen da. Um ehrlich zu sein, in der Folge davor, als Tokomon das Ganze erzählt, wirkt das wie maximal eine Woche, aber nicht wie drei. Und ich meine, Joey ist seit drei Wochen da und die haben sich davor sogar noch getrennt, also können wir hier sogar von einem Zeitraum von vier Wochen ausgehen. Bisschen übertrieben. Nun ja, Matt sagt dann zu Joey, dass er ihm helfen würde. In der nächsten Szene will er aber komischerweise Matt mit Gabumon schon wieder aufbrechen, weil er was zu erledigen hat. Wir wissen ja, er will ja TK suchen. Aber Digitarmamon erpresst ihn dann und lässt ihn nicht gehen, weil er sagt, wenn du gehst, tue ich deinem Freund was an. Naja, natürlich bleibt dann Matt, Joey wundert sich darüber und Matt bratst ihm blöde an. Ja, okay, er entschuldigt sich dann auch, aber um ehrlich zu sein, mal so eine Frage. Erstens, wieso sind Joey und Go-Momo nicht schon lange abgehauen? Klar, okay, es widerspricht Joys Verhalten, weil er ist ja so jemand, der eben zuverlässig ist in diesem Sinne und der eben sowas auch eben macht, wenn man darum bittet oder es ihm befiehlt. Aber Go-Momo wäre nicht so ein Typ. Oder werden die zufällig abends in so ein Zimmer eingeschlossen von Vegimon und morgens dann erst wieder rausgelassen? Außerdem hätte Go-Momo digitieren können und sie hätten abhauen können. Naja, und ebenso verstehe ich nicht, warum Matt, Joey das Ganze nicht einfach in einer passenden Gelegenheit erzählt. Weil gerade in dem Moment, wo ich erpresst werde, würde ich sagen, wisst ihr was, ihr seid aber ganz schön korrupt, ihr könnt mir mal am Arsch lecken, ne? Naja, was soll's. Jedenfalls passieren Joey, wie sollte es anders sein, immer wieder Missgeschicke und deswegen kommen sie da einfach nicht weg. Ich kann natürlich verstehen, dass Matt sich in dem Punkt wirklich aufregt, weil aus seiner Sicht wären es jetzt vielleicht noch gerade drei Tage gewesen und das wäre okay, aber es wird ja immer wieder erhöht. Drei Tage, Woche, zehn Tage und so weiter. Naja, ähm, dann finde ich aber irgendwie ziemlich bräsig. Matt sitzt halt draußen, so an dem, dem Meer, sag ich. Ja, doch, ist ein Meer. Okay, also er sitzt da draußen und spielt Mundharmonika und dann taucht Demi Devimon auf. Klar, anders als bei TK stellt es sich namentlich immer noch nicht vor, aber, hallo, Matt ist ein elfjähriger Junge und er sieht doch, dass Demi Devimon eine kleine Fledermaus mit dem Totenkopf ist. Sieht man da nicht, dass es bösartig ist? Allerdings, zugegeben, in der Folge davor hat Ty das auch nicht gemerkt und, ernsthaft, ihm wurde gesagt, dass das Demi Devimon ist und er hat's auch nicht geschnallt. Also weiß ich nicht, ich finde beide blöd, Ty und TK aber deutlich blöder, weil sie den Namen sogar erfahren haben. Nun gut, jedenfalls sagt er dann, dass Joey angeblich die ganzen Fehler mit Absicht machen würde, weil er den Gedanken nicht ertragen könnte, alleine gelassen zu werden. Totaler Bullshit. Und Matt glaubt das sogar noch, weil, hallo, was soll das? Was hat denn Joey davon, wenn er immer wieder Missgeschicke macht und Matt nicht da weg kann? Ich meine, hallo, in dieses dumme Schwanenboot würden doch zwei reinpassen. Gomamon kann selber schwimmen und Gabumon kann oben drauf sitzen, wie sie's ja dann in der Folge Prinzessin Karaoke auch mit Agumon gemacht haben. Außerdem können sowohl Garurumon als auch Ikakumon beide schwimmen. Also, das heißt, wenn Matt Joey hilft und wenn sie da weg können, können sie zusammen weg und die Kay suchen. Aber nö, angeblich will Joey das ja nicht. Ja, stattdessen will er lieber weiter als Sklave arbeiten. Gute Idee. Ja, Matt versucht erneut, die Gitarmomon zu überreden. Das klappt nicht. Dadurch, dass dann wieder so ein paar Teller halt, naja, kaputt sind, weil Demi-Devimon Joey geschubst hat, brummt ihn die Gitarmomon noch eine Woche auf und Matt ist mit seinen Nerven halt am Ende. Ja, dass das immer länger gezogen wird, kann ich verstehen, aber dass er wirklich glaubt, dass Joey das mit Absicht macht, kann ich gar nicht verstehen und finde ich ziemlich preisig von ihm. Ja, dann tauchen natürlich Tai und TK auf. Die erkennen sofort auch, dass es Gomamon und Gabumon sind, wobei man hier sagen muss, dass sie ja dem Digi-Vice von Tai gefolgt sind, also konnten sie sich das natürlich denken. Ja, und dann ist das irgendwie dumm. Tai sagt, sie könnten abhauen. Gabumon ist total erschrocken darüber, was, abhauen? Ja, daraufhin sagt Matt, dass er irgendwie nicht seiner Meinung ist, weil er findet, dass er zwar auch da weg will, aber er will eben nicht, dass Joey dabei ist, weil er wirklich glaubt, dass Joey einfach nur ein Unruhstifter ist und dass er ihnen auf den Geist geht und deswegen meckert er da richtig rum und dass er dann auch noch TK anbratzt und sagt, er soll sich nicht einmischen, finde ich irgendwie ziemlich übertrieben. Da hätte ich es besser gefunden, wenn man Joey schon von Anfang an oder sagen wir mal relativ früh als tollpatschig dargestellt hätte, dann hätte man Mets Verhalten doch noch nachvollziehen können. Naja, letzten Endes taucht Digi-Tamamon auf, Gabumon und Gaumamon digitieren, Tai und TK rennen Demi-Devimon hinterher, damit die sich da nicht einmischen, ja, Agumon und Patamon natürlich auch, Gomamon, also Ikakumon und Garurumon haben natürlich keine Chance, auf einmal ist TK wieder da, Patamon nicht, ja, Vigimon nimmt TK gefangen, Joey versucht ihm zu helfen, finde ich von Joey übrigens einen ziemlich mutigen und guten Schritt, daraufhin erkennt Matt, dass er scheiße gelabert hat und Joey eigentlich doch ein guter Freund ist, erinnert sich an seine Freunde und Garurumon digitiert. An sich eine nette Sache, allerdings irgendwie auch ein bisschen doof, weil er weiß ja eigentlich, dass das seine Freunde sind und dass die ihm niemals so scheiße, ja, irgendwie was antun würden, wie das Demi-Devimon behauptet hat. Allerdings finde ich die Digitation von Garurumon, so wäre Garurumon richtig geil, ist schon gut gemacht, auch der deutsche Sprecher ist da ziemlich cool und ja, wie wäre Garurumon dann die Attacke Albtraumabwehrt, ist auch schon cool und auch wie er diese zurückschleudert. Naja, letzten Endes, dann ist Tsunumon halt da, auf einmal sind Tai, Agumon und Patamon auch wieder da, tja, sie unterhalten sich kurz und dann versucht Tai ihnen das so ein bisschen zu erklären und auf einmal reagieren zufälligerweise nur die Digi-Vices von Tai und Matt, damit sie sich wieder trennen und sie sagen halt, dass sie sich dann, ja, unten da bei diesen Felsen treffen. Natürlich meinen sie den Berg. Ja, also gehen Tai und Joey zusammen und Matt und TK. Tja, und so schnell sie zusammen waren, haben sie sich kurzfristig wieder getrennt, um halt die anderen zu suchen. Macht natürlich Sinn, aber ich finde es komisch, dass die Digi-Vices von TK und von Joey gar nicht reagieren, weil eigentlich sollte jedes Digi-Vice doch auf die anderen reagieren können. Aber, naja, sind halt die Hauptcharaktere. Letzten Endes, die Idee der Folge ist definitiv eine gute, aber die Umsetzung, naja, daran ist es ein bisschen gescheitert. Jetzt meine Frage an euch, wie hat euch das Verhalten von Matt gefallen? Fandet ihr das nachvollziehbar oder eher nicht? Wie findet ihr die Sache mit Demi-Devimon? Noch nicht zu vergessen, die Sache mit Sora, dass sie natürlich auch auf einmal wieder da sein konnte. Klar, sie ist natürlich schneller, wegen Birdramon, müsste aber bedeuten, dass sie mit dem Digi-Vice schon weiß, wo die anderen sind. Anders als Joey und TK. Ja, wie hat euch Joey gefallen und wie fandet ihr vor allen Dingen Wäre Garurumon? sondern wir können jetzt ja misma lesen sein, Dann sollte man machte den Taub sí nước,